Kinder kommen! Wow! Sieg ja meine Experimentierfreudige Passagiere! Ihr traut euch also! Gut! Bis jetzt haben wir das noch nie wieder ein Mensch ausprobiert! Ich bin so wahnsinnig gespannt, ob das alles so klappt! Jeder von euch drüber prüft noch einmal, ob die Bügel auch wirklich besser verdient! Als wir das letzte Mal mit unseren Davids getestet haben, sind die Bügel einfach so aufgegangen! Einfach so! Es wäre schlecht, wenn das was geht! Naja, heute war das Beste offen! Ich sehe aber okay! Regulär sollten wir 20 Meter Höhe erreichen! Bei der Option vorgelegt ist es 100 km! Wenn das Experiment möglicherweise funktioniert! Halt dich! Sie sitzen hier so schnell, dass wir alle liefern mit uns! Zwischen den richtigen Eichhörn-Fantasie! Wo man noch vorgehen sollt! Jaaaaaaah! Der schwarzes Loch vor Ort! Das ist nur Spaß! Wir gucken uns an! Halt euch jetzt mal los fest! Ich will nicht diesen wundervoller Auftrieb an der Maschine! Ich freue mich ja schon voll riesig auf unsere Gegend! Achso! Oh! Ach! 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 Ich! Ach! 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 Misch! Aber dann müssen wir das ganze mal aufhören, jetzt sehen wir das immer wieder aufhören. Sie sind nicht so nicht. Wir fahren das mit Zwerber zu wieder. Wir sind nicht so. Oh, der ist so. Oh, der ist so. Oh, der ist so. Ja, das ist so. Oh, der ist so. Oh, der ist so. Das ist so nett, Spaß! 2. 3. 4. 12. 12. 32. 33. 34. Ja! Wolle schneller? Ja! Alles so, dann kann man mal zum Finale gefahren. Maximale Bestimmungen. Ja, hab das so gewollt. Hahaha! Ja, hab das so gewollt. Hahaha! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017